hallo und herzlich willkommen zu dieser folge angezockt von rainbow six siege und ja das spiel will ich euch heute mal ein bisschen näher zeigen es gibt hier die aktivitäten das ist nicht so spannend deswegen springen wir daraus viel spannender ist natürlich die mode der spiel operation aber auch die übergehen wir noch denn es gibt verschiedene operator und dadurch dass das jetzt im spiel bisschen zu knapp ist dann zu zeigen will ich euch mal zeigen dass es hier verschiedene möglichkeiten gibt sein charakter zu formen es gibt dementsprechende spezialeinheiten srs fbi sport gegen spätznass oder natürlich die deutschen gsg 9 und anhand diesem will ich euch mal zeigen was es da so für möglichkeiten gibt es gibt einmal die angreifer je nachdem was für eine modus mission man spielt muss man also angreifen oder man muss verteidigen und man hat immer so spezialfähigkeit also hier beim blitz beim angreifer sieht man zum beispiel löst den blitz und seinem ballistischen schild aus der feinde vorübergehend blendet oder setzt der lektor für elektroverleihung alle elektronik im bereich durch wände zu orten und dementsprechend kann man muss man die freischalten kosten dann gewisse xp points und in dem fall macht man das einfach mal dass ihr mal seht wie der so präsentiert wird weil es ist ganz geil gemacht ja so kann man auch einen neuen charakter vorstellen sehr cool gefällt mir auch ein gut und der ist jetzt freigeschaltet und wenn es möglich ist werde ich den gleich mal für euch spielen und was spiele ich es gibt natürlich ganz normale situation das ist dann der single player kann man sagen den multiplayer das einfach fünf gegen fünf oder die terroristenjagd und das ist das was ich für euch vor habe zu spielen das heißt man spielt mit fünf leuten gegen terroristen muss entweder eine geisel befreien einen haus mit terroristen stürmen eine bombe entschärfen oder sonstiges und was wir da jetzt bekommen das schauen wir uns jetzt im spiel an also terroristenjagd ist angesagt und es gibt hier verschiedene schwerigkeitsgrade normal schwer und realistisch und in dem fall nehme ich jetzt mal den modus schwer realistisch ist sonst das was ich spiele aber da muss man ganz ehrlich sagen das ist schon wirklich realistisch und man verkackt sehr stark das realistisch würde ich sagen ist dann sehr sehr sinnvoll wenn man mit fünf kumpels oder vier kumpels dann spielt da war jetzt nichts kein spiel zusammengekommen wenn man mit vier kumpels spielt dann ist der realistische modus einfach super weil man kann sich dementsprechend koordinieren und da auch zusammenraufen hier jetzt ist es aber einfacher wenn wir da das so machen dass man sagt okay man macht einfach das auf schwer geisel evakuieren müssen wir das heißt in dem fall angriff und dann bleibt mir nur noch die ash weil mit der habe ich so eine spezialfähigkeit ist auch eine der operator die schon freigeschaltet habe gibt zwei waffen die man auswählen kann zwei handfeuer waffen und eine sprengladung sowie eine rauchgranate ich würde jetzt einfach mal so spielen wie ich sie da jetzt ausgewählt habe und wir bestätigen das ganze jetzt müssen wir noch sagen wo wollen wir spawnen nehmen wir die parkgasse schade dass wir den blitz nicht nehmen konnten aber da war einer einfach schon so zackig aber ein gutes schild das ist schon immer sehr von vorteil wenn da einer vorher läuft dann können wir da dementsprechend bisschen abstauchen wir brauchen sichtkontakt zur geisel und jetzt volle konzentration so und jetzt müssen wir da eben rein und jetzt habe ich da gleich mal für durchgang blick gesorgt aber da schaut so aus als ob da nichts wer da kann man sein handeln so und hier können jetzt überall schon leute seien und wir hören schon jemand so der ist auch weg den hört man immer der alte darf weder hört man gleich noch ein bis jetzt läuft es ganz gut wir brauchen aber noch die geisel ich gehe da noch mal hoch weil oben ist noch nicht alles gesäubert den habe ich ja den habe ich ja vollgas übersehen also das wäre so auf dem modus realistisch schon was was ordentlich in die hose gegangen wäre so eine aktion wie von mir gerade eben da muss man auch aufpassen die explodieren mal ganz gerne deswegen die mal weg machen und jetzt schaut es hier so aus als ob hier alles frei wäre in dem stockwerk aber wir sehen es ist auch schon einer von meinem team schon hops gegangen die sind da oben aber die geisel war da mal nicht da hat aber jemand viel stacheldraht ausgelegt ich sag das muss hier wirklich da vorsichtig sein dass auf schwer kann man es auch bisschen alleine spielen da muss man nicht unbedingt im team agieren ist aber natürlich sinnvoller ohne frage man spielte eine spezielle heilige auch nicht alle alleine mal so durch das gebäude und jetzt zeige ich euch mal die spezialfertigkeit das heißt wir müssen darunter aber ich nehme den weg hier der ist mir gerade sympathischer ne da ist einer gerade von unserem sterben werde ich nicht mal versuchen da hinzukommen dass ich mich um dem mal kümmert das den wieder mal hoch gehoben wird so wir laden aber hier schaut so aus ob hier alles alles gut wäre geisel gesichert geisel muss evakuiert werden und jetzt muss man die zum evakuierungspunkt kommen und jetzt kommen aber auch wieder die feinde näher also das ist dann jetzt gar nicht so leicht muss man schauen und wo denn so die habe ich mal bis geschützt jetzt ist da vorne einmal scheinbar noch was los läuft scheinbar ganz gut und dann können wir die mission erfolgreich abschließen ja sehr gut absolut perfekt so soll es sein auch wenn ich bisschen den einsamen wolf gemacht aber ihr habt mal schön das spiel gesehen und ich muss sagen ich selber spielt zwischendrin sehr sehr gerne weil einfach nicht so extrem hektisch ist team blauer erfolg geisel evakuieren schwierigkeitsgrad schwer check und wir sehen platz eins sieben eliminieren kein assist und dementsprechend liefs gut mit 2100 punkten und hier gibt es noch mal jetzt am ende den das ansehen und den schaltet man dann wieder einen operator frei das war's vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer